So, da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Aufgabe. Wir hatten hier gerade das schon mit dem Sprinten. Das Video ist gerade hochgeladen. Als nächstes müssen wir halt uns hochziehen an Vorsprüngen. Dazu kann ich euch sagen, es geht nicht bei hier so einer Wand, wenn die komplett durchgezogen ist, sondern halt immer ein Vorsprung. Vorsprung bedeutet entweder eine Kachel hoch oder wie hier halt, ich denke einfach mal, ja anderthalb. Das heißt, da können wir hoch, ihr kriegt die Markierung aber auch und in dem Sinne, ihr seht ja hier, da kann ich hoch, das wird angezeigt. Warte mal, gerade gucken, wenn ich die weghau. Ne, ich will nur das Dach weghau. Warte mal, zack. Gerade gucken, ob ich es euch so demonstrieren kann. Ach, wir können ja nicht bauen. Mit LOL, bauen geht ja nicht. Also, ihr kriegt die Kante immer angezeigt und da könnt ihr euch dann hochziehen, so rein. Also, mit bauen ist ja nichts. Also, ich denke mal einfach, dass es nicht funktioniert, wenn ihr, ach, jetzt ist hier überall ein Vorsprung. Ah, hier kann ich mich nicht hochziehen. Safe. Weil hier sind ja zwei Wände und da ist nichts mit hochziehen. Hier ist auch nichts mit hochziehen. Also, immer nur, wenn wir hier anderthalb hochspringen, hochziehen, hochspringen. Also, immer xx oder auf der Taste, wo ihr halt springen habt. Ich denke auch an die PC-Spieler, die die Tasten anders belegt haben. Also, wie zum Beispiel hier ist nichts mit hochklettern an glatten Wänden. Hier, oh doch, lol, selbst das geht. Okay, direkt was gelernt. Das ist assig. Wenn hier einer reinkommt, der rechnet nicht mit euch. Also, in dem Sinne, ich denke mal, die meisten werden es verstanden haben. Wenn Fragen sind, schreibt es einfach in die Kommentare und in dem Sinne, haut rein. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen, gerne auch ein Abo. Also, in dem Sinne, bis zur nächsten Aufgabe. Bis gleich.